Willkommen zurück zu Battlefield 3 Gameplay Boah, wie viel los? Ah, das wird lustig Ähm, heute auf Wake Island In der Karke, wo ich eigentlich nicht so gut bin Mal fröhlich ausgedrückt Ja, was ich jetzt mache, ich versuche immer gut zu B zu fliegen Also am besten möglichst wenig Appenschuss dazu Nee, ich bin da Komm, da ist ein schöner, kleiner Panzer Okay, gut, schlechte Idee, schlechte, ganz schlechte Idee Nee, Leute, ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich Appenschuss Nee, ich glaube, ich wurde passiv Flammen Äh, detektiert Ich glaub, da kommt auch dieses laufte Geräusch Ja, wer sich da fragt, warum ich hier in Heli bleib Bei 3W einnehme Das ist, wenn ich ein paar Boote bei Helikopterns ausbauche Äh, weil ich da... Ach, du Schande Äh, weil ich da eigentlich relativ schlecht drin bin Weil ich hier wenigstens 2erhooktugst am Blue 350 Und weil General Shader vergessen wie viele es sind Aber immerhin etwas, ne? Aber was man hier gerne mal braucht, ist eigentlich als er verlust Die... 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 Was ist das schön? Halt, komm, stehen! Ähm... Ach, egal. Ja, sie traf ich eh nicht. Ach du Schande. Auf was wird gut? Was schießt hier auf mich? Ach, ein ganz normaler Fußsoldat. Okay. Dann wäre dies auch geklärt. Ich, äh... Ich sterb hier mal einfach so rum. Ne, ich nehme mal das Schniper M98B und hier nehme ich mal das Soflam rein. Dann spornen wir mal. Ach, so. Ja... Yo. Der Schott voll ins Knie. Ah. Seitlicher Beschuss. Ja, die scheint auch ohne meine Beihilfe zu sterben. Äh... Gesterben zu worden zu sein. Ihnen information zieht es so rum. Es ist eine GUY, dasselbe der geste Jayte ist. Ja, der Jett hier hat Bombenbogen. Gut, dann lege ich mich einfach mal hierhin hinlegen. Warum geht es nie, wenn ich mich hinlege? Sehr ehrlich, das nervt. Ja. Äh, ja, was ist denn das da drüben? Das ist ein anderes nur Flammen, oder? Was bringt's? Ich will eigentlich was anderes, äh, probieren. Ist ja am besten, dass da was auf mich schießt. Ach, komm. Ich krieg's noch. Oder wenigstens ist der da. Nein. Ach. Komm, scheiß drauf. Gut genommen. Eingepackt und weiter geht's. Da dauert es ein weiteres Soflamm. Da ist es schön rot leuchtet und da kommt ein schöner Schett auf mich zu. Ähm, dann kriegen wir das nicht abgehören. Ach, komm. Zu blöd zu markieren, wird dann noch abgeschossen. Tja, hahaha. Äh, eins, zwei, drei, immerhin. Nein, Jevelin mal rausgeholt. Ich werde mich da aufgehen, wenn ich dagegen gar nicht einsetzen. Ähm, das war natürlich für den Arsch. Das war für den Arsch. Ich hoffe, ich kann man diesmal hören. Ich glaube, letzte Aufnahme war ich etwas leise. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das so unbedingt ändert. Nein, gut, ich werde mit. Bitte werfen wir es, da ist immer keine Minen. Das finde ich ebenfalls sehr unangenehm. Also ich sehe es nicht. Ich... Ha, da hat auch einer. Da vorne liegt noch meine, sehe ich gerade. Und da vorne kommt noch ein anderes Fahrzeug, Werkzeug, ich glaube die nehme ich mal die Mine mit und hier ganz kurze Anpassung, ich glaube ich nehme siebenfache, nehme ich mal, auch so eine Sache mit, wie war das, ich weiß es klaut mehr oder weniger, aber mit dem Origin sammelt alle Daten, und der kann sich nicht mal merken welchen Anzug ich hier anhatte, hier steht oben drüber, der Sack, ähm, ne, der ist dahinter, wo ist'n der, hier wurden wir gerade noch den Gegner angezeigt, Ja, komm, da wird ja immer noch einer angezeigt Aaaaaaah Hei, mein Land Oh, was ist denn für uns? Oh, was ist denn für uns? Oh, was ist denn für uns? Was ist denn für uns? Wurde ich mich nicht mehr mit meinem Appian hier? Ah, der war schon extrem kommentiert hier Ist jetzt, äh, nix Hoffentlich getötet Natürlich auch das häufigste was ich sage Ich bin nicht getötet Weil ich nämlich halt nur treffe und nicht töte Ist er jetzt hier runtergelaufen oder ist er noch oben? Wenn er runtergelaufen ist, wohin ist er gelaufen? Ich bin vergessen als Ziel Duaaah, da hätte auch ne G-18 ich hätte hinten drauf müssen und messern Weil dann hat man schon noch die Das ist ein Alper drauf hatte Na, unsere Tickets sinken ins Bodenlose Ähm Haha, scheiße Haha, Mist Ich wollte eigentlich noch äh, ausweichen Das würde mir seh keiner mehr glauben Äh, aber eiskalt platt gemacht, Mann Ja, schön, die Wienbrüder Meisterschaft Ich glaub ich leg hier gleich irgendwo vor Ort hier vor mir Schön im Schatten, da sind wir vielleicht ein bisschen unerfälliger Wie gesagt, hoffentlich ein bisschen Die Wien sind nämlich immer noch verdammt auffällig Aber man hat ja gesehen, ich bin vorhin trotzdem auch in einen rein gefahren Ich hab's noch nicht gesehen, obwohl ich Ausschau noch nachgehalten hab Ähm Neh, aber noch mit den Schäfer Ich weiß nicht, warum das nicht so funktioniert Jaaa, Suflam, ich kille dich Moment erst noch mal Ich hab's noch nicht Aber Helikopter krieg ich immer noch nicht, oder? Also wer mal davon ein bisschen Ahnung hat, schreibt's mal bitte in die Kommentare Warum kann ich damit keinen Helikopter anvisieren? Das ist jetzt keine Wissensfrage oder wass oder sowas Einfach nur, weil ich's nicht weiß Ich bin gerade heftig genug von jemandem geschossen Uh, ist ja noch ein Sniper Und zwar von Utavia Dann wende ich ihn doch einfach mal dazu Die Sniper sind auf der Card eh gut vertreten Eieieieieiei Uhhh Woah Reanimation Ich möchte aber gerne den Panzer fertig werden Oh nee, ich fertig gemacht werden Warte Schönen stecken wir erstmal hier ein Och Mist Nur die blöde Position die wir haben Und auch noch eine beschissen Waffe rein Sonst zwei Waffe Ich spiele meine Pistole ja verdammt Das ist auch aktuell Ist eine Pistole Ach du Scheiße, fühle ich mich selber Ja, ist eine Pistole, glaube ich, eine drittbeste Waffe Sorry, wie kann ich die Miete hier gar nicht alle rauskriegen, weil die so bescheuert nacheinander gelegt wurden Abschießen geht ja nicht Darf ich Minen abschießen? Ach, hier kann man nicht Ach Gott Ich kann den nur nicht mal jemand von dem Himmel holen CEM Störsender natürlich noch drin Ähm Lass mir die G18 Schallgedämpft reinhauen Naja, das 50 ist immer sofort weg Probier's mal so Oh, was ich mir auf das erste Karte muss ja eigentlich ein Panzer Ich kann nicht mal die sehnte Karte Da ist der Ach Gott, ey, mach doch schon wieder Oh, das habe ich noch nicht gekriegt Ach Eigentlich ist die Reichweite schon raus Und dann kann ich hier echt nicht viel machen Ich habe einen hoskeligen Jett, über Naja, komm, ich versuche es wenigstens mal Und dann ist das damit... Boah, getroffen sogar Genial Hätte ich mir jetzt überhaupt nicht gedacht Ich spottet einen hoskeligen Soldaten in deiner Bereich, über Lassen wir die Leute los spotten Scheiße Hm Da scheint was ein weh gewesen zu sein Ein Sanitator Ähm Ich weiß nicht, was wirkt sich mit Okay, was hat der Typ vor Der hat keine Ahnung Hallo Wohin fliegt der? Wohin? 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 Moment, also ich bin grad ein bisschen leise, weil ich scharf kurz was Ich bin grad ein bisschen leise Wohin Also wenigstens das Ja, sieht man hier Wifi 3 hat bei großer Höhe extrem ein Flippingproblem Ja, den Zerpürt braucht auch noch ein Scheiße. Es scheint irgendwie nur zu wollen, dass es halbwegs stabil in der Luft liegt. Ach, der lässt eigentlich nichts aber langsam, ey. Ah, ich komm nicht nach rechts. Naja. Überhaupt geschlossen werde ich gerade. Das ist sehr gut. Äh, das ist überhaupt nicht gut. Irgendwie greifen wir gar nicht, ob ich geschlossen werde. Aha. Schön. Ahem. Eine Frage an alle Zuschauer. Äh. Warum bin ich gestorben? Ich hatte den Fallschirm auf, ich hätte nur 60% Leben. Äh. Oder auf englisch. Da ist die Frage... Ich habe die Frage für meine Viewer... ...weil... äh, wo I'm, wo I'm, wo I'm here is, what about the waste of, because I'm dying, irgendwie sowas in die Richtung, das ist aber ein bisschen hingeschrieben, äh, aber echt ne Frage, warum bin ich gerade gestorben, ich seh kein Grund dafür, hier seh ich gerade keine Gegner, ich schau mal kurz, dickheads, äh, die, 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 das sind viel, zu viele Wiesen, wahrscheinlich darf ich jetzt, ich glaub's nicht, ey, äh, ich hab den Jeep doch total ausgeschaltet, Ja, komm, lass mich den Nächsten noch auf dem Video, naja, das hat er natürlich, ich wette, der trennt am Altsicht, ich wette da vorne in die Miene rein, wer wird dagegen? Alter, warte doch, hier, naja, die für wieviel Prozent habe, jetzt seh ich das nicht mehr, kurz rein, 200 Prozent, ok, gut, sobald ich kein kompetentiger Fahrer, naja, da muss ich das geben, da ist fast schon wieder zu leise, naja, wenn ich zerstörte, hab ich tatsächlich in die Höhe gepumpt, da ist doch was bei der Sortingsbund, mit ganz schlechten Idee war das, glaub ich, gerade das auszusteigen, egal, hier wird erstmal alles überholst, ich lasche mir, was ich sage, auch ungescheitlich, konzentriert sich, und dann, aah, jetzt irgendwie nicht konzentrieren, spielt scheiße, oder, wie ich, oder, ne, spielt ja scheiße, oder, wie ich, naja, das hat sie mir, äh, redet nicht, aber wir spielen nicht zu scheiße, das sieht auch mal sehr schön aus, ja, 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 sehr schön, auch wenn auch Mädels ist, bis der Punkt hier voll und rollt, bis es noch kommt. Ich muss gleich mit denen hier wieder zu heilen, vergesse ich nochmal. Ja, selber Bitch hier. Drei Prozent ist nicht viel. Zwei Panzerfäuste, ich glaub's nicht, ey. Ich geh nochmal als Sniper an die Runde. So steck ich hinten grad fest. Hier noch eine kleine Anfügung zum Video. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es genau schneiden werde, aber das kommt auf jeden Fall hinten ran. Ähm, und zwar hat sich mein Internet wieder mal beendet, deswegen bin ich hier rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sich's beendet hat, das hat eigentlich gar keinen Grund gehabt, ähm, und das ist mir auch schon öfters mal passiert, dass ich einfach so rausfliege. Dazu eine Frage an alle, die hier gerade zuschauen, soll ich das Ende rausschneiden, soll ich, ähm, ein anderes Ende einfügen, gleich ein neues Spiegel dranhängen, oder soll ich die Aufnahme dann ganz verwerfen? Ich weiß halt nicht genau, was ich machen soll, es wäre halt auch schade ums Material, deshalb, wenn ihr noch irgendwelche Eingebungen habt, was ich dann da machen soll, oder ob ich's einfach nur auslassen soll, einfach mal mir schreiben, äh, einfach alles unten in die Kommentare hauen. Ähm, wird mich nämlich mal interessieren, weil mir ja, es ist jetzt echt zu oft passiert, dass ich rausfliege und ich da auch eigentlich keine Lust mehr drauf habe, dass ich immer nur rausfliege. Und, mein Internet sich auch die nächste Zeit über nicht wirklich verbessern wird, wird das wahrscheinlich noch öfters vorkommen, deswegen die Frage an euch, nur mal kurz hier hinten als Anhang. Äh, ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!